Wir sind heute hier in Arnsberg im Sauerland, denn Arnsberg ist die erste Stadt in NRW die gesagt hat, wir möchten ein städteweites Freifunk-WLAN-Netzwerk aufbauen und ist eine Kooperation ganz offiziell mit der Freifunk-Initiative eingegangen. Und wie das Ganze funktioniert, was daraus entstanden ist, das werden wir uns heute mal anschauen. Wir werden ein Gespräch führen mit dem Bürgermeister von Arnsberg, mit dem städtischen IT-Verantwortlichen und natürlich nicht zuletzt mit den Freifunkern selbst. Herr Vogel, Arnsberg und Freifunk sind eine besondere Bindung eingegangen. Es gibt Freifunk in Arnsberg. Wie kam es dazu? Ja, wir hatten die Idee, unsere historische Altstadt, die zugleich in der Nachbarschaft auch das Schulzentrum für das historische Arnsberg, für Alt-Arnsberg ist, mit Freifunk auszustatten. Ich hatte das zuvor in verschiedenen europäischen Ländern gesehen und habe gesagt, das brauchen wir auch hier und das wollen wir schaffen. Und zu Freifunk kam es deshalb, weil die Angebote der großen Telekommunikationsunternehmen einfach völlig überteuert sind. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das entscheidende Argument für Freifunk, Freifunk ist eine Bürgerinitiative. Arnsberg setzt auf bürgerschaftliches Engagement. Wir haben einen sehr regen, aktiven Verkehrsverein. Und dann haben wir ein Bündnis eingegangen, um tatsächlich ein Bürgernetz zu schaffen, um auf der Grundlage dieses Bürgernetzes freies WLAN anzubieten. Wie sind denn die Reaktionen von den Bewohnern, von den Bürgern, von den Besuchern oder aus den umliegenden Kommunen? Gibt es da Reaktionen? Ja, zunächst einmal haben wir ein sehr positives Echo bei denjenigen gefunden, die dort ihre Betriebe haben, dort wohnen, die ja dazugehören, die mitmachen müssen, weil sie einen Router aufstellen, weil sie ja im Grunde genommen auch ihr Internet teilen. Das ist ja auch ein Stück Sharing-Ökonomie im bürgerlichen, im bürgerschaftlichen Sinne. Das war ein sehr positives Echo. Die Schülerinnen und Schüler haben neue Möglichkeiten, die Touristen, die Gäste haben neue Möglichkeiten. Wir haben also zahlreiche Anfragen, nicht nur aus Nachbarkommunen, sondern auch aus ganz Deutschland. Viele Kommunen haben auch Sorgen wegen der Störerhaftung. Diese Sorgen sind meiner Ansicht nach völlig unbegründet, weil spätestens der Europäische Gerichtshof wird das klarstellen. Es kann nicht sein, dass wir hinter anderen europäischen Ländern zurückfallen und dieses Angebot für die Bürgerschaft, für Besucher, für Gäste eben nicht schaffen. Wie ist der Ausbau in der Zukunft geplant? Ja, wir werden auf jeden Fall aufgrund des Erfolges weitermachen. Das heißt, wir werden Freifunk oder dieses Bürgernetz für freies WLAN auch mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Freifunk und Engagierten in der gesamten Stadt verankern. Das ist heute eine Notwendigkeit für eine Stadt, in der nicht nur junge Leute leben, sondern für eine Stadt, in der eine digitale Gesellschaft heranwächst. Ja, im Grunde genommen ist sie auch schon da. Eine wichtige Schlüsselposition in Arnsberg hat der Arnsberger Verkehrsverein. Und ich habe hier neben mir den Herrn Etzler vom Arnsberger Verkehrsverein. Und ja, Herr Etzler, welche Aufgabe hat der Verkehrsverein hier in Arnsberg und was hat das mit Freifunk zu tun? Ja gut, wir haben das Projekt erstmal koordiniert und wir haben ganz wichtig Sponsoren gesucht und auch gefunden. Des Weiteren haben wir die einzelnen Akteure vor Ort vernetzt. Das heißt also, wenn ich so ein Projekt starten will, kann ich nicht einfach die Leute vor geschlossene Tatsachen setzen, sondern ich muss einfach sehen, dass sie darüber informiert sind. Und ich denke, das haben wir so gut gemacht, dass beim späteren Aufbau die Leute teilweise geschimpft haben, wenn sie keinen Router bekommen haben. Ja, welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, um so ein Freifunkprojekt in der eigenen Stadt realisieren zu können? Das Wichtigste, was ich den Kommunen oder auch anderen Verkehrsvereinen raten kann, ist erstmal Freifunker vor Ort zu suchen, weil ohne die Freifunker ist dieses Projekt nicht durchführbar. Und das Nächste ist dann einfach die Leute zu koordinieren. Das heißt also den Freifunkverein, die Stadtverwaltung und die einzelnen Akteure vor Ort, so dass man da im Prinzip halt geschlossen ist und das Projekt über die Bühne bringen kann. Wir sind hier in der IT-Abteilung der Stadt zusammen mit Herrn Bellinger. Herr Bellinger ist Verantwortlicher für die Kommunikationsinfrastruktur der Stadt Arnsberg. Herr Bellinger, wie kann die Stadt konkret die Freifunkinitiative unterstützen? Also wir versuchen das, indem wir unsere städtischen Gebäude natürlich anbieten können. Und da gucke ich halt, dass ich auch Ansprechpartner vermitteln kann an den Freifunkverein. Ansonsten können wir natürlich auch dadurch, dass wir sehr dezentral bürgerorientiert Außenstellen haben, unsere Infrastruktur mit anzubieten, so dass wir dann das sowieso vorhandene WLAN-Netz, was wir im Haus betreiben, auch nutzen können, um Freifunk mit zu übertragen. Dadurch gibt es zum Beispiel in Wartebereichen im Jobcenter oder Büchereien, kann man sich noch vorstellen, also es ist noch nicht realisiert, aber kann man sich halt vorstellen, dass man in dem Bereich auch für den Bürger das Freifunk anbieten kann oder auch eben für die Mitarbeiter hier im Rathaus. Gab es irgendwelche Probleme bei der Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein, denn der Freifunker und der professionell aufgebauten städtischen IT? Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis untereinander. Es geht auch, also ich sag mal, es ist ja ehrenamtliche Tätigkeit, aber der Kontakt funktioniert wirklich sehr schnell, was man ja vielleicht dann doch so in Frage stellen kann, wenn man es eben ehrenamtlich macht und nicht mal Zeit hat, aber wir kommen da sehr gut zurecht. Wie kommt das Projekt denn bei den IT-Mitarbeitern der Stadt an? Also ich habe jetzt noch nichts Negatives gehört. Wir finden das auch gut, weil es eben auch ein freies Netz ist. Wir unterstützen es eben auch. Ich stehe hier auf dem ca. 10-geschössigen Rathaus der Stadt Arnsberg zusammen mit Daniel Wagner. Daniel ist ja einer der ersten Freifunker aus Arnsberg und hat das Ganze hier so mit vorangetrieben. Daniel, wie lange gibt es den Freifunk an sich eigentlich schon in Arnsberg? Den Freifunker gibt es jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren hier in der Stadt Arnsberg, wobei das aber erst seit einem Jahr durch die Unterstützung der Stadt und des Verkehrsvereins richtig Fahrt aufgenommen hat. Das heißt, wir sind relativ früh, auch relativ weit gekommen und professionell hier an der Sache dran. Was hat es einfacher gemacht, als Freifunker von der Stadt unterstützt zu werden? Ja, alleine schon die Tatsache, dass wir durch die Stadt Unterstützung haben, dass wir alle Standorte wie z.B. hier auf dem Rathausdach stehen können und nutzen können, macht die Sache natürlich unheimlich einfacher. Und weil die Stadt entsprechend den Weg vorangeht, ihre Internetleitung, Strom etc. für uns freigibt, sind auch die Menschen und die Händlerinitiativen aufgeschlossener. Und es ermöglicht uns deutlich einfacher, hier unseren Freifunk zu etablieren. Ist es denn, bekommt ihr auch Anfragen vielleicht aus Nachbargemeinden, wo es noch keine Freifunker gibt? Ja, mit der Anfrage könnt ihr hier auch bei uns Freifunk etablieren? Ja, es gibt viele dieser Anfragen, aber es sind mittlerweile so viele, dass wir gar nicht mehr mit allen, ja, wir können zwar nur noch Tipps geben in einigen Bereichen, aber wir können nicht mehr alle Nachbargemeinden mit versorgen. Wir versorgen schon in der Domäne Möhne viele Gemeinden mit, aber es sind halt mittlerweile so viele Anfragen, auch an die Stadt selber werden noch Anfragen gestellt, dass es uns schwierig ist, wirklich alle auch zu bedienen. Aber wir versuchen alle darauf hinzuweisen, dass eine lokale Freifunk-Community auch entsteht und dass der Freifunk auch natürlich dann auch städteübergreifend entstehen kann. Mal was zu den Zahlen. Wie viele Router gibt es denn hier so in Arnsberg, die die Menschen mit Freifunk versorgen? Also wir sprechen hier im Stadtgebiet von um die 100 Router, die im gesamten Stadtgebiet verteilt sind, wobei sich das mit 70 Routern schon auf den Standort in der Altstadt konzentriert. Aber es wächst auch schnell weiter. Ja, und wohin wächst es denn? Wie sieht denn die Zukunft aus? In Zukunft wollen wir die einzelnen Stadtteile miteinander vernetzen, sodass wir nicht mehr unbedingt auf die VPN-Verbindung durch das Internet angewiesen sind und auch Daten direkt über unser Bürgernetz schicken können. Was kostet denn so ein Freifunk-Router? Der günstigste Freifunk-Router, den ich bei mir zu Hause hinstellen kann, der geht schon ab 15 Euro los. Da kommt eine spezielle Firmware drauf. Pro Monat? Ja, nein. Einmalig. Einmalig 15 Euro. Und je nachdem, was für einen Verwendungszweck wir auch haben, ob jetzt nach draußen oder Richtfunkstrecken, geht das natürlich auch schon höher los. Aber wir sind mit 15 Euro schon zu Hause bei der Privatperson dabei. Und wenn man dann so eine Fußgängerzone vernetzen will, sprechen wir über welche Beträge, was muss da investiert werden von den Freifunkern von der Stadt, um vielleicht mal eine Straße zu vernetzen? Hier in Arnsberg ist es ja der Fall, dass wir in der Altstadt einen Straßenblock mit angrenzendem Platz vernetzt haben. Und da sprechen wir von um die 2500 Euro, die der Verkehrsverein in die Hand genommen hat und gesponsert hat. Und die Händlergemeinschaft stellt dann in ihren Lokalen die Router auf und so haben wir den ganzen Straßenzug vernetzt. Und das ist dann der einmalige Betrag, der dafür zustande kommt. Eventuell wird man dann noch gerne Mitglied im Verein oder Fördermitglied. Aber das war es dann auch schon. Nicht so wie die großen Provider, die sich das dann vergolden lassen. Was möglich ist, wenn Freifunker und die Stadt zusammen Hand in Hand arbeiten, das sehen wir hier in Arnsberg. Hier ist es möglich gewesen, mit Hilfe dieser kleinen Router hier ein freies WLAN-Netzwerk über die halbe Stadt zu spannen. Und ich hoffe, dass Arnsberg noch viele, viele weitere Kommunen und Städte folgen werden, damit auch dort solche Datennetze entstehen, die vollkommen fest in Bürgerhand sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017